Nicht kaputt machen, Maja. Maja! Du machst es doch kaputt, es ist zu doll. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nicht kaputt machen, Schatz. Na so. Ne? Maja. Nicht zu doll. Ach, das lernst du noch. Guck mal hier. Hier. Und hier gibt es auch noch einen. So ist das, ne? Ja. Oh. Und hier gibt es auch noch einen. Vielen Dank.